Ist Johnny, ist Johnny Mortadella tot? Es gibt keinen Johnny Mortadella mehr. Chicago kann aufatmen. Und Rex? Er wird ein Denkmal bekommen, Miss. Tapferes Tier. Na, wie findet ihr? Ich find's einfach klasse. Na ja, weil du das letzte Wort hast. Ach, find ich gerade gut. Das tapfere Tier. Ganz unsentimental. So, nun die Schlussmusik. Du weißt, was du zu tun hast? Fertig? Fertig, Spritzi? Ja, in Ruhe. Ton läuft. Und der Johnny Mortadella, der starb schneller als erlaubt. Und jetzt wird er zum Bestseller, während er im Sarg verstaubt. Und der Johnny Mortadella, der starb schneller als erlaubt. Und jetzt wird er zum Bestseller, während er im Sarg verstaubt. Bravo, bravo, bravo. Störe ich etwa? Na, eigentlich ist der Eindruck ins Studio während der Aufnahme verboten. Aber jetzt bist du da. Setz dich. Ich hab gar keine Zeit. Ich muss zu meiner Großmutter. Ist die denn immer noch krank? Tja, leider. Noch bis nächste Woche. Ich hab die Blumen schon nebenan. Na, danke. Ich hab die Blumen schon mitgebracht.